Die Lieblingsschnee-Stiefel meiner Frau sind da. Dieses Paar Schuhe ist die Nummer 1 der verkauften Damenstiefel einer norwegischen Outdoor-Marke in diesem Jahr. Er hat nicht nur eine wolkenähnliche, weiche Sohle, sondern auch einen 360 Grad Totenwinkel-Modesinn. Das Futter aus 100% Kaschmir ist für Temperaturen bis zu minus 30 Grad Celsius ausgelegt und ist ein Winterretter für alle deutschen Mädchen. Seine Form wurde vom Designer mehr als 100 Mal verbessert. Wenn Sie ihn tragen, werden sie in einer Sekunde 5 cm Größe aussehen. Er hat einen Reißverschluss, so dass man ihn leicht an- und ausziehen kann. Stillvoll und vielseitig. Die ergonomisch geformte Sohle unterstützt das Fußgebülbe und entlastet die Füße. Sie werden keine müden Füße verspüren, auch wenn Sie ihn einen ganzen Tag lang beim Einkaufen tragen. Regenfestes und wasserdichtes Technologiegewebe macht ihn winddicht und warm. Die ummantelte Spitze schützt Ihre Füße. Und die rutschfeste Sohle sorgt dafür, dass Sie auch an regnerischen oder verschneiten Tagen nicht ausrutschen. Sie können ihn unabhängig von Alter und Anlass tragen. Heute ist die Marke Fabrik direkt liefern. Das zweite Paar genießen den halben Preis. Inventar ist nicht viel. Wie Schwestern eilen. Um den Link klicken, um es zu packen.